Buongiorno ragazzi, da wuppertal. Oggi vi faccio vedere le uova, appena rivati. Ich spreche auch mal auf deutsch weiter. Wir haben gerade die Ostereier bekommen, wie ihr seht hier von Bauli. Priti, mit Überraschung für Mädchen. Dann haben wir Transformers, mit Überraschungen für Jungs. Dann gehen wir einmal weiter. Hier haben wir Bimbo Bimba Wowa. Dann haben wir hier kleinere Eier mit Kuscheltieren. Dann Wowa Baci, die großen 265 Gramm Pondente, mit Überraschung. Da sind dann vier Pralinen drin. Dann die meistgesuchten sind unsere Wowa Kinder. Frozen, Batman, Miraculous und Avengers haben wir auch. Dann schaut mal, oben gibt es drei Kilo und fünf Kilo Eier. Einmal zurückgehen, damit man die auch draufkriegt. Für die Großfamilie. Dann haben wir 1,2 Kilo Eier. Sind die hier oben. Dann hätten wir als nächstes 450 Gramm Eier und 500 Gramm Eier. Des Weiteren natürlich auch Kolombe von der Firma Motta und von der Firma Bauli. Unten haben wir noch ein paar gefüllte mit Zitronencreme, Profiterol, Chanduja, Baileys, Chocolato und Tronchetto. Kleine Kolombine haben wir auch. Genau. Ich glaube, um allen einen Überblick zu verschaffen, ist das die einfachste Variante. Wir haben so viele Nachfragen bekommen, was wir für Sorten haben. Das wollte ich euch einmal zeigen. Dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao. Ciao.